Hey, ihr habt mich angemeckert. Und das zu Recht. In meinem letzten Video habe ich anhand des Beispiels einer Abdeckkappe für die Moser Base gezeigt, wie Bambo Studio die Z-Naht verschwinden lässt. Und dabei ist die Konstruktion in Fusion 360 sehr knapp ausgefallen. Also konstruieren wir beide jetzt die Kappe nochmal gemeinsam in Fusion und ich zeige dir alle Details. Und alles unter 10 Minuten. Los geht's. Ich starte in Fusion mit den Parametern. Ich könnte jetzt hier auf den Punkt Parameter klicken oder wenn es bei dir noch nicht oben angeheftet ist, findest du es unter Ändern, Parameter ändern. Dort wähle ich einen neuen benutzerdefinierten Parameter über Plus und der heißt bei mir Innendurchmesser. Innendurchmesser? Und der soll einen Durchmesser haben von 41,50. Das ist der Durchmesser meiner Welle. Ich setze aber statt der 0 eine 2 dahin, um eine gewisse Toleranz für den 3D-Drucker bieten zu können. Okay, jetzt mache ich nochmal ein Parameter über das Plus und den nenne ich Höhe und der hat bei mir eine gemessene Höhe von 25 Millimeter. Fertig, das war's schon mit OK bestätigen. Jetzt öffnen wir eine neue Skizze, suchen uns irgendeine Ebene aus und fangen mit dem Kreis an. Könnten auch Alternativ C drücken für Circle. Ich klicke gerne in den Ursprung und ziehe es irgendwie auf. Solange der Wert noch blau hinterlegt ist, also in diesem Fall diese 100.000 Millimeter, können wir ihn einfach überschreiben. Und das tun wir, indem ich jetzt die Tastatur eingebe, Innen. Und dann sehen wir hier, er schlägt uns uns ein paar Meter Innendurchmesser vor. Den klicke ich an und jetzt sage ich noch, ich möchte dazu noch haben, plus 4 Millimeter. Fertig. Zu den 4 Millimetern kommen wir später noch. Um aus dieser Skizze jetzt ein Objekt erstellen zu können, klicke ich den Innenbereich mit der Maus an, bis er blau wird, mit der linken Maustaste und drücke E für die Extrusion. Dort möchte ich natürlich die Extrusion, die Höhe haben. Und bei der Höhe möchte ich plus 2 Millimeter haben. Das wird der Boden werden. Jetzt haben wir hier unseren wunderschönen Zylinder. Jetzt klicke ich hier oben auf die obere Fläche mit der linken Maustaste, markiere sie dadurch, drücke die rechte Maustaste und suche mir den Punkt Schale aus. Und hier gebe ich ein 2 Millimeter. Fertig ist unsere Abdeckkappe. Jetzt kommen wir zu diesen Parametern und den Plus Millimetern. Wir haben ja hier unsere 25 Millimeter außen plus 2 Millimeter. Diese 2 Millimeter werden innen wieder abgezogen. Können wir überprüfen, indem ich die obere, untere Linie anklicke und wir haben 25 Millimeter Innenmaß, so wie wir das haben wollen. Ich drücke Escape und ich klicke mal den inneren Ding an zum Prüfen. Beziehungsweise ich muss ihn gar nicht prüfen, weil hier unten siehst du es auch gleich schon. Durchmesser 41,52. So wollten wir es haben. Diese Plus 4 Millimeter sind der Rand und man kann sich das so vorstellen. 2 Millimeter oben, 2 Millimeter unten oder 2 links, 2 rechts. Das ist völlig egal. Damit das Ganze jetzt ein bisschen schöner wird, runden wir das Ganze ab. Ich könnte jetzt die Außenwand anklicken, die Steuerungstaste oder Control festhalten, die Innentaste drücken und beide abrunden. Ich mache das aber jetzt mal einzeln, indem ich den äußeren Kranz markiere, mit der linken Maustaste und mit der rechten auf Abrunden gehe. Ich sage 1 Millimeter, tippe ich ein, bestätige mit Enter und jetzt haben wir hier unsere Abrundung draußen. Es sieht schön aus, aber hat nicht diesen Flutscheffekt auf der Welle, dass es gut auf die Welle rauf geht, wenn das vielleicht zu knapp ist. Also wähle ich den inneren Ring auch nochmal an. Abrunden, 1 Millimeter, 2 mal 1 macht 2. Das ist genau unsere Wandstärke. Und wir sehen, wir haben eine schöne Abrundung der Wand. Jetzt fehlt noch die untere Kante und ich gehe mal auf Prüfen, Schnittanalyse, wähle irgendeine Fläche und jetzt sehen wir hier so ein typisches 3D-Problem. Diese rechtwinkligen Kanten neigen dazu, schneller zu brechen. Das können wir beheben, indem wir einfach die Kante anwählen, der linken Maustaste, die rechte Maustaste drücken, abrunden, 1 Millimeter. Wenn ich die Schnittanalyse jetzt wieder aufmache, dann sieht man, jetzt haben wir hier eine schöne Abrundung. Das Ganze ist viel dicker und bruchgeschützt. Und schon ist unsere Staubschutzkappe fertig. Dann kommen wir jetzt nochmal schnell zu dem Punkt Parameter. Jetzt nehmen wir mal an. Ich schiebe das mal so ein bisschen rüber. Den schiebe ich vielleicht auch mal ein bisschen rüber. Geht nicht, wenn das Fenster auf ist. Jetzt kommt dein bester Kumpel und sagt, ey, ich brauche dringend eine Kappe. Aber meine Kappe hat einen Innendurchmesser von 69,5 Millimeter. Dann gehst du einfach in die Parameter und gibst da ein 69,52. Ein bisschen Toleranz. Und er hat seine passende Kappe. Und wenn er dann auch noch sagt, na Vorsicht, aber meine Welle ist ja viel länger. Die ist ja 78 Zentimeter. Kein Problem. Passt alles. Du hast immer noch deine schöne Kappe. So kannst du mit Parametern jederzeit alles anpassen, wie du das gerne haben möchtest. Wir gehen mal wieder auf die Ursprungswerte zurück. Was sie natürlich das nicht sind. Also nochmal anklicken. Was war denn das? Das waren 41,52 und 25. Da haben wir unsere Staubschutzkappe. Parameter sind für größere oder umfangreiche Projekte natürlich wesentlich besser, weil hier könnten wir genauso bei den einfachen Projekten in die Skizze reinklicken, Skizze bearbeiten, auf den Durchmesser gehen und sagen, wir wollen hier 41,52 haben. Hat denselben Effekt, beziehungsweise fast. Wir wollen ja plus 4 Millimeter haben und dann haben wir es wieder passend. Skizze erstellen. Und schon haben wir wieder unser Objekt. Bei umfangreicheren Projekten, die also größer sind, komplizierte sind, mit der Kanten haben, ist unter Umständen das Arbeiten mit Parametern doch wesentlich sinnvoller. Ich habe dazu auch früher schon mal ein Video gemacht. Ich kann das ja auch nochmal verlinken. Übrigens, als kleiner Bonus dazu, ich speichere sowas immer als Step-Datei und nicht als STL. Also Datei, Exportieren, Staubschutz, dann wähle ich hier den Punkt Step aus und exportiere das. Erledigt. Hat diesen klitzekleinen Vorteil, nicht nur, dass es im Slicer vielleicht gerade bei Rundungen noch ein bisschen schöner gespeichert wird, sondern wenn ich das jetzt einfach mal schließe, nein und noch nicht speichere und stattdessen wieder auf Öffnen gehe, auf meinem Computer gucke. Und wir haben Staubschutzkappe, Staubschutz, das wieder reinlese, dann hätte man jetzt immer noch die Möglichkeit zu sagen, oh, guck mal, wir haben schon ein Objekt und kein Netzkörper. Wir können also gleich die Kante abrunden oder die Kante hier oben die Schale ein bisschen ziehen zum Donut. All diese Möglichkeiten haben wir, das hätten wir bei der STL nicht, da hätten wir dann ein Netzkörper. Darum so ein kleiner Tipp, als Steps speichern ist immer besser. Die Staubschutzkappe ist fertig und natürlich ist dies nur ein Beispiel. Du kannst jetzt für alles Mögliche deine eigene Staubschutzkappe konstruieren. Schreibe doch mal unten in die Kommentare, wofür du dir gerne eine Kappe wünschen würdest. Und wenn du dieses Video hilfreich fandest, dann tu mir doch mal bitte einen Gefallen und abonniere meinen Gaming-Kanal Mascado. Nur um YouTube zu zeigen, dass es geht. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und deine Hilfe. Bis zum nächsten Mal.